ein miau mit dir guten tag bin ich bei einer runde team swivel games mit timi hallo und es geht direkt los ja ich bin doch ein hallo an deine zuschauer senden ich weiß nicht wie weit ich ich habe stein schwert wo leute am sporn welche sachen von denen haben will ich habe zwei mockingjay ich komme hier so was raus und hier habe zwei sachen geholt so zweimal das gleiche menschen töten nein geht er leider nicht aber wieso aber wir ein team sind seid ihr bereit teamarbeit ich habe ihn einmal geboxt mit meinem schwert ja ja er hat im bogen aber keine feine da soll eine kiste gleich die kichte ist schon leer ist auch schon der ja gehen wir mal da lang und da ist noch eine kiste okidoki so was von bescheuert ach wie kommst du da drauf ach ich weiß es nicht hast du okay dann ist ja gut ach jetzt bestimmt doch unten drunter er war nervig hast du ein eisenbarren leider nicht weil ich muss auch mein inventar sortieren du bist aber wieder doch gegangen ist nach unten geportet was die kiste aufgemacht ich bin auch nach unten gesprungen aber bei mir bist du geportet dann bin ich ein hacker wohl ok kann man ja gar nicht deine aufnehmen mit der aufnahme dann sehen oder so ein ich weiß nicht wie ich auf sowas absurde komme da geht doch da sind auch feile und erfahrungsflächen und noch ein kompass kannst du bitte aufhören ich hatte aber gerade spaß daran brauchst du eine hose weil ich kann nicht ja ok danke ich heiße kekse warte ich bin viel zu cool für kekse ja eine kiste nein ich habe eine angel für dich bringt dir zwar nichts wird dabei neben die pushen aber geht so weißt du es ist noch eine christliche ich weiß ich brauche noch ein eisern kann ich mein eisenschwert kraften ein eisenschwert kraften du willst wirklich ein eisenschwert kraften das was ich noch zu da wo bist du hier oben zeig mal deine rüstung ok ich habe nichts besseres für dich noch nicht mal als gucci schuhe oder nein ich habe eine neue prater handtasche aber die brauchst du glaube ich nicht da ist ein spieler wo wo denn wir haben sein team jetzt schon am anfang das weiß ich wo denn da bin ich schon getrinkt wird draußen oder drin hier draußen hallo hier ich bin hier oben immer noch ach so ich dachte du wärst mit mir reingekommen du ne ich verfolge dich doch nicht du haufen du zündlich gleich wieder an also sehr ruhig muss mal wieder die kompasse stecken so ich glaube jetzt wieder jetzt lauf ich dir mal hinterher in der mitte ist ein spieler ganz viele gehen wir in die mitte kann ja mit 15 meter brennt oh ich dachte ich wäre gestorben schon ich bin etwas verwirrt gewesen ich kann ja gar nicht pushen aha da war ja was das ist so ungewohnt da pushen seine tolle beschäftigung ist neben dem ganz normalen spielen hört sich nach donna an ich versuche gerade so knapp hier ran zu springen da unten ist jemand kommt die leiter hoch ich habe draußen jetzt verwirrt ja auch so was gemeines zu tun ich bin doch nur gemeines ja du verwirrst leute es ist nicht sehr lieb von dir ach was ich finde es immer toll bei teams auch spider invasion ich wollte mich schon fast unterstellen ich auch weil man geht irgendwie immer von saure regen aus obwohl dieser saure regen fast nie ich bin da also ich habe den Hände eingetötet ach so das ist schön ich freue mich letztes Mal zu da kommt noch nicht hin auf dich hast du so wenig kerzen oder was ich muss was essen ich habe aber nichts ach so dann sag doch was brauchst du jetzt immer noch was ja okay dann kriegst du einen Händchen ja ach wir sind am aufnehmen menschen 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 immer diese menschen hallo werfen wir aus der Konfi ich bin halt ich kann nicht wieso ich bin nicht Konfi leider da oh massi hat es getan gut vielen dank gott massi ich brauche noch mehr essen ach so ich habe einen apfel noch ja einen apfel einen apfel brauche ich genau okay dann ist ja gut hast du jetzt vielleicht ein eisen für mich hier noch essen nein du bist doof habe ich ein feuerzeug nein ich habe ein feuerzeug hm habe ich einen namen gesehen nein weiß ich nicht da unten in der mitte ist ein name den wir jetzt endlich mal in die mitte eigentlich wollten ja ich brauche jetzt das zu essen du brauchst das zu essen warte hier ich habe ich habe welches in der kiste gefunden ja warte ich habe schuhe für dich ah deine mama hat schuhe für dich ja hat sie auch durchaus ja oh god du bist so dick ich habe nichts mehr gesehen ich bin ins feuer gerannt oh god ich habe skill wo ist der ich will mir ein brot kratzen da ist der wo denn die erschwert das ist aber so süß weißt du dass das süß ist es ist vorsichtig ah bogen ich habe ja auch einen bogen ich aber nicht das ist unfair ua ich laufe hier mal hinterher oh god ich habe ein halbes herz und ich kann nicht regeln weil ich habe nichts zu essen das ist ein kuchen das ist ein kuchen ich habe noch ich habe noch ich habe noch ein da war ein eisen du hast ein eisen eisenbeinschutz weg genommen ich weiß und ich habe noch einen eisenbrustpanzer gehabt und pfeile dann guck bitte gerade dass niemand kommt das wäre richtig sehr verbunden das ist ein kuchen das ist ein kuchen das ist ein kuchen das ist ein kuchen so warte essen ich kann mir was zu essen kraften ganz viel nämlich ok ich bin auch wieder am regen ich habe auch jetzt das verzauberte dingens verdammt ich kann auch mein Bogen verzaubern. Okay, Stärke 1. Perfekt. Ich muss trotzdem erstmal regenerieren. Das ist gerade so übertrieben. Ach ja, dieser Block-Bug. Was denn für ein Bug? Dass es bei mir so aussieht, als würdest du blocken. Hey, die Kisten in der Mitte wurden aufgefüllt. Oh, geil. Was, wo wo denn? Das ist aber nicht mehr ausgerüstet. Was, wo denn? Da links. Die gucken in die Kiste in der Mitte. Ja, das war sogar ein brennender Fall, weil ich ein geiler Pyro bin. Ja, sogar beide. Ja, jetzt geht drauf. Oh, schöner Schuss. Ich weiß, danke. Ja, bist du so, oder tust du nur so? Was? Tret dich schneller um, du mein Charakter. Ich hab Standbilder, ganz viel. Oh, okay. Jetzt ist er tot. Loli, dieser Change 13, ich glaub, mit dem haben wir eben schon mal in der Runde. Okay. Okay, kannst du mal kurz gucken, ob es jemanden kommen, nicht Glück hat. Gucken, ob der noch was sinnvolles dabei hat. Eisenschuhe oder so. Kann ich nicht, weil man meinen Kopf nicht aufgehangen hat. Oh, nein. Da müssen wir gucken. Da liegen aber Eisenschuhe. Ich muss mich ganz schnell beeilen. Die will ich nämlich noch haben. Da ist sie. Ich hab sie. Okay. So, schönes Essen. Bei 5 Sekunden ist das Deathmatch. Ich hab auch volles Leben. Okay, ich muss gegen 2 andere noch kämpfen. Warte. 2 Distrikte. Scheiße. Das heißt, die sind noch in einem Team. Ja. Die sind genau vor dir. Ich weiß. Ich seh das, ja. Ah, du siehst das, ausnahmsweise. Ja. Distrikt 12 gegen Distrikt 2. 2 ist viel cooler. Oder bin ich 2? Ja, du bist 2. Dann ist 2 cooler. Aber ich hab die einseitig bessere Rüstung. Ich hab vertaubt, den Bogen vertaubert. Das ist dir erschwert. Also, mit ein bisschen Glück schaffe ich das, wenn ich das nicht so bin. Ja, das ist ein bisschen Skill. Du brauchst kein Glück. Ja, das stimmt. Leute, bewegen sich einfach nicht, oder? Die bewegen sich nicht. Leute? Leute haben geläftet. Leute, warum das denn? Auch gut. GG. Mein Sieg. Ja. Sieg für Deutschland. Weil, seht hier. Ach, Runde. Sieg für Deutschland. Sieg für Deutschland. Ja, das war die Runde. Die Runde. Und ich verstehe den Sieg immer noch nicht. Aber okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal von irgendwas. Ciao. Tschüss.